Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04. Zwei sehr klangvolle Namen im deutschen Fußball und dann doch eine vermeintlich klare Geschichte. Die SGE ist gegen S04 der klare Favorit und alles andere als sein Sieg gegen die Schalker wäre wohl eine dicke Überraschung. Die Eintracht hat sich in der Hinrunde als eines der Top-Teams der Liga herauskristallisiert und gilt als Mitfavorit auf die begehrten Plätze, die zur Champions League qualifizieren. Schalke auf der anderen Seite steht zum Auftakt mit einer Hypothek von 5 Punkten Rückstand, eigentlich sogar 6, wenn man die Tordifferenz mit einbezieht, auf Platz 18 der Liga. Und Schlittert sollte Thomas Reis keinen ultimativen Masterplan haben, zurück in Richtung Liga 2. Ja, die Leistungen haben sich merklich gesteigert, aber dem Kader fehlt es an Qualität und die von Peter Knebel versprochene Neuzugänge lassen weiter auf sich warten. Man wollte wie wahrscheinlich jeder weiß unbedingt die Flügel verstärken, öffentlich hat auch ein Thomas Reis regelrecht danach gebettelt, aber passiert ist bis jetzt nichts. Und mittlerweile habe ich ehrlicherweise auch so meine Zweifel daran, ob bis zum Ende des Transferfensters auf dieser Position überhaupt noch was passiert. Ironischerweise hat man mit Molay sogar einen Abgang auf dieser Position vorzuweisen. Auf die einzelnen Gerüchte will ich hier im Rahmen des Videos nicht unbedingt eingehen, aber Fakt ist, dass man auf Schalke scheinbar nicht die Möglichkeiten hatte, seine Hausaufgaben auf dem Transfermarkt zu machen. Mich lässt das Gefühl nicht los, dass man bereits für die zweite Liga plant. Auf mich persönlich macht Thomas Reis als einziger den Eindruck, den Glauben zu vermitteln, den Klassenerhalt noch zu schaffen und deswegen auch mein leicht provozierender Titel zu diesem Video. Ich will mich dabei nämlich nicht nur auf dieses Spiel beziehen, sondern mehr darauf, dass ich denke, dass Schalke so kaum eine Chance haben wird, nächste Saison Bundesliga zu spielen. Es fehlt einfach die Qualität und man schafft es auch nicht, die richtigen Spielertypen zu bekommen. Ich meine, statt für Verstärkung auf dem Flügel zu sorgen, beschäftigt man sich mit dem nächsten Mittelstürmer. Einen, der denselben Typen verkörpert wie zwei andere im Kader. Eigentlich sogar drei, aber Polter ist ja erstmal lange raus. Da verliert man bei aller Liebe einfach den Glauben. Habe ich eigentlich schon die Verletzungssorgen erwähnt? Die kommen ja auch noch oben drauf. Und die Tatsache, dass die meisten Spieler geliehen sind. Das heißt, langfristig kann man mit diesem Kader auch nicht wirklich planen. Aber man hat ja noch 19 Spieltage. Da ist Aufgeben aus Schalker Sicht natürlich nicht erlaubt. Nichtsdestotrotz sieht es gerade ziemlich düster aus. Und ich bin mal auf die Stimmung auf Schalke gespannt, sollte es zum Start direkt mal einen Einlauf von der Eintracht geben. Denn dort ist die Welt eine ganz andere. Die Mannschaft hat nicht nur richtig Bock, sondern auch Qualität und Tempo. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Schalke hier Punkte holt. Klar, im Fußball sollte man nichts ausschließen. Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten, ihr kennt den Spruch. Aber bei den Vorzeichen würde mich das Ganze dann doch sehr wundern. Und darum gehe ich auch mit dem Ergebnis der Simulation. Ich glaube auch, dass die SGE hier als Sieger vom Platz gehen wird. An der Stelle gebe ich wie immer an euch weiter. Was denkt ihr? Hat Schalke eine Chance gegen Eintracht Frankfurt? Schreibt mir gerne mal eure Prognosen in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.